Hallo und Herzlich Willkommen zur nächsten Nutzerfragen Session mit der Frage von XGameAPBiLuck Und zwar möchte wissen, kann man auch eine Fackel leuchten lassen, wenn man sie in der Hand hält? Haben wir mal kurz hier vorbereitet, einmal kurz hier Time Set Night machen und dann wird es hier dunkel. Wir können einfach mal eine Fackel in die Hand nehmen und damit sich das Gebiet erleuchten. Kommen wir uns mal ein bisschen den Modi wechseln, rumlaufen und sobald ich jetzt hier die Fackel aus der Hand nehme, wird alles hier dunkel und ich habe hier eine Fackel drin. Alles hier in Ordnung. Allerdings geht das nicht in meiner Minecraft, sondern nur mit einer Mod und zwar mit meiner aktuellen Shader-Mod, die ich installiert habe. Das ist hier übrigens mein Shader, der Zeus-Complete-Lens-Fair-Leglace.zip Shader. Installation geht eigentlich relativ einfach. Wir gehen einfach hier bei Google Chrome rein, dann hier auf die Seite von der Shader-Mod und haben dann hier den offiziellen Download-Link auch übrigens jetzt auch komplett geupdatet. Keine Alpha mehr, sondern eine offizielle Version für die Minecraft 1.8. Können wir hier einfach auf Download, Page 1 oder 2 draufklicken und das dann die Shader ja bei Dropbox runterladen. Habe ich in diesem Tutorial ja auch nochmal ausführlich gezeigt, auch in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und dann gibt es natürlich noch das spezielle Shader-Pack und da gibt es das Problem, dass dieses Pack man nicht öffentlich anbieten darf. Also ich kann es nicht öffentlich in Download anbieten und man kann es zwar auch nicht öffentlich bekommen, weil das wohl so ganz doll rare ist. Ich habe das Pack von dem hier bekommen, von PVProPlays auf YouTube. Ihr könnt ja mal nachfragen, auch in der Beschreibung verlinkt, ob er euch das Pack irgendwie zukommen lassen kann. Und die nächste Frage kommt dann von PoloTwitt auf Twitter und zwar fragt er, AddKolimony kannst du mal zeigen, dass wenn man eine volle Dierrüstung hat, dass man dann einen Stärke-Effekt bekommt. Und dafür bin ich jetzt hier bei der Schaltung, in der ich gezeigt habe, wie man es hinbekommt, dass man einen speziellen Schuh trägt, dass man einen Jumboos-Effekt bekommt. Und das ist eigentlich fast das Gleiche. Wir beginnen wieder mit dem Objective on Body, eigentlich in Onami, genauso wie vorher auch in Hand. Das Video von den Jumboos schon auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr nochmal ganz ausführlicher das haben wollt. Und wir beginnen damit, dass wir dann das Objective on Body im ersten Schritt resetten. Ein Repeater später wird dann hier diese Viererzeile ausgeführt. Und zwar wird hier dafür gesorgt, dass Spieler, die auf dem Slot 100b, das ist der Slot für die Füße, kennen wir auch aus dem letzten Tutorial, die dort die Diamond Boots tragen, also Teil 1 sozusagen, dass die für on Body den Wert um 1 erhöht bekommen. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen jetzt hier, wenn wir eine vierstellige Zahl haben, auf der letzten Stelle eine 1 gesetzt. Dann geht es hier weiter, um 10 erhöht wird das Ganze, wenn sich auf dem Slot für die Hose Diamond Leggings befindet. 101b ist also der Slot für die Hose und wenn sich dort das Ganze befindet, wird hier mit dem Strawboard Players Add Command der Wert um 10 erhöht. Heißt also, wenn wir bisher Schuhe hatten, haben wir eine 1, plus 10 macht 11, also haben wir bisher eine 11. Weiter geht es dann hier mit der dritten Stelle, auf Slot 102b befindet sich, da hat eine Diamond Chesspate, wird der Wert um 100 erhöht. Wenn wir also alles bisher haben, haben wir eine 100, plus 10, plus 1, macht 111. 111, 111 und dann gibt es hier nochmal die vierte Stelle. Wenn wir auf dem Slot 103b Diamond Helmet haben, dann wird mit dem Scorboard Players Add Command das Ganze nochmal um 1000 erhöht. Heißt also, wenn wir jetzt hier sozusagen alle Teile haben, haben wir einen Wert von 1111 und dann kann ich diese Schaltung zuschlagen. Die sorgt nämlich dafür, dass alle, die den Wert nicht erreicht haben, also einen Wert unter 1111 haben, in dem Fall jetzt hier 1110, dass die den Wert für die Strength, also einen Stärkeffekt auf 0 bekommen. Und alle, die die Rüstung tragen, bekommen jetzt hier einen Effekt ganz normal, können wir uns mal zeigen. Einmal hier die Rüstung auch nochmal angelegt, von Kopf bis Fuß und dann haben wir jetzt hier unseren Stärkeffekt bekommen. Wenn wir jetzt die Rüstung wieder ablegen, irgendein Teil ist ja jetzt weg. Wenn wir zum Beispiel ein anderes Teil wegnehmen, zum Beispiel die Felden zum Beispiel, ist der Effekt auch weg. Und auch die Frage von TomTimGames sollte beantwortet worden sein und zwar fragt er, wie kann man das machen, dass wenn man zum Beispiel einen Block oder einen Rüstungsteil auf dem Kopf trägt, dass man dann einen Effekt bekommt. Haben wir gerade eben gezeigt, wie hat es einfach hier, könnt ihr jeden beliebiges Item einsetzen und dann den Slot auswählen. Oder auch hier mit den Commands aus dem letzten Tutorial, sagen wir nochmal hier, einen speziellen Namen zufügen. Wie hat alles auch in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und die nächste Frage kommt dann von TheUU412 und zwar wird gefragt, ist es möglich, in einem bestimmten Bereich es schneiden zu lassen, wie zum Beispiel auf der VfB Minigame-Map, habe ich gerade mal kurz hier vorgezeigt. Sobald ich hier mich am Spawn befinde, fängt es an zu schneiden. Wenn ich allerdings jetzt hier mit Slot 9 unter einem kurzen Spielteller werden, mir sozusagen jetzt hier was auswähle, zum Beispiel einfach mal jetzt hier das Spiel vom Bogen-Duell, dann hört es auf zu schneiden. Man sieht schon, der Niederschlag hört auf und es schneidet sozusagen nur am Spawn, nicht aber jetzt hier in der Arena, kann man auch mal hier zum Beispiel hier rauf gehen, man sieht hier, sieht man jetzt keinen Schnee, der mal runterfällt. Und damit der Niederschlag aufhört, sobald sich Spieler außerhalb von dem Spawn befinden, dann gibt es an diesem Command-Block hier, sieht man schon, Weather Clear für alle, die sich sozusagen hier entfernt haben und das ist wirklich relativ einfach, alle, die sich sozusagen hier außerhalb vom Spawn befinden, mindestens 1000 Blöcke entfernt, die executen mit dem Execute-Command den Weather Clear Command. Ja, sobald ich mich also hier entferne, wird das Ganze gecleared. Mal testen, wenn wir uns jetzt hier einfach zum Beispiel zu Bad Wars teleportieren, dort 10-888, kann man sehen. Okay, so, und da wir natürlich auch die Spawn-Chanks gesetzt haben, wird es jetzt hier aufhören zu regnen und der Himmel klart wieder auf. Und das soll es auch soweit gewesen sein, ihr habt alle Kommands nochmal in der Videobeschreibung verlinkt und weitere Fragen am besten mit dem Hashtag FragVFP auf Twitter stellen oder auch in den Kommentaren. Aber auf Twitter ist es halt immer am besten, weil ich auch mobil antworten kann. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!